Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, katholisch, schwäbisch oder einfach beides? Wir Schwaben lassen uns nicht auf den Kopf scheißen, wir machen gleich auf. Dieser Spruch eines unbekannten Schwaben fasst gut zusammen, was die Schwaben im Allgemeinen für ein Selbstverständnis haben. Mit ihrem unabhängigen, manchmal als starrsinnig verschrieenen Geist brachten sie so manche Erfindungen hervor. Doch hat das etwas mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu tun? Immerhin, Rottenburg und Stuttgart liegen in Württemberg, also im urschwäbischen Gebiet. Und Diözese, was bedeutet das, ein schwäbisches Wort? Das Wort Diözese kommt aus dem Griechischen und bedeutet Verwaltung. Die Römer haben das von den Griechen übernommen und die katholische Kirche benutzt den Begriff bis heute für die Verwaltungsbezirke. Also nicht typisch schwäbisch, sondern typisch katholisch. Im deutschsprachigen Raum ist auch die Bezeichnung Bistum verbreitet. Die Bedeutung ist aber die gleiche. Jede neue Diözese muss übrigens vom Papst bestätigt werden. Und hier wird es schwäbisch. Bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart im 19. Jahrhundert wurde Württemberg vom Herzogtum zum Königreich. Und durch kluges Paktieren mit Napoleon wurde es um ein paar Fürstentümer größer. Der erste König Friedrich I. bekam durch dieses Bündnis mit Napoleon eine Menge katholische Untertanen dazu. Die katholischen Untertanen haben bis dato als Glaubensinstanz die Bischöfe aus Konstanz, Speyer, Augsburg, Worms und Würzburg anerkannt. Nun wollte der König aber keinesfalls, dass ein Nichtschwabe ihnen etwas zu sagen hatte. Vor allem kein Bischof aus einem anderen Herrschaftsgebiet. Darum gründete Friedrich I. kurzerhand sein eigenes katholisches Priesterseminar in Ellwang und seine eigene katholische Verwaltungseinheit, aber ohne den Papst zu fragen. Typisch schwäbisch, aber zu kurz gedacht. Sein Sohn Wilhelm I. verlegte das Priesterseminar nach Tübingen und die Aufsicht nach Rottenburg. Das war schon immer katholisch und in der Nähe. In der Landeshauptstadt Stuttgart wollte man die KatholikInnen nicht so gerne haben. Dieser Ort kam erst später ins Spiel. Wurde die Diözese Rottenburg-Stuttgart also allein durch schwäbischen Eigensinn gegründet? Ganz so war es denn doch nicht. Nur durch die Bestätigung von Papst Pius VII. konnte ein Bischof ernannt werden und die Gründung war gültig. Erster Bischof wurde Johann Baptist von Keller am 20. Mai 1828. Die schwäbische Unabhängigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Diözese und bringt immer wieder Persönlichkeiten hervor, die ihren eigenen Weg gehen. Zum Beispiel der dritte Bischof Karl Josef von Häfele. Der will das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit nicht anerkennen und entgeht mit dem Bistum nur knapp einem Schisma, also dem Ausschluss aus der katholischen Kirche. Schließlich beugt er sich, um den Kirchenfrieden zu wahren. Während der NS-Zeit war der Bischof Johannes Baptista Sproll ein entschiedener Gegner der Nazis und musste ins Exil. Auch sein katholischer Zeitgenosse Eugen Bolz, württembergischer Staatspräsident, blieb seinen Überzeugungen treu und wurde als standhafter Demokrat von den Nationalsozialisten 1945 hingerichtet. Heute ist Rottenburg-Stuttgart mit 1,7 Millionen Mitgliedern die viertgrößte deutsche Diözese. Eine Menge KatholikInnen, viele auch ohne schwäbische Wurzeln. Die Landeshauptstadt, inzwischen auch eine Stadt mit vielen KatholikInnen, wurde mit einbezogen. Die schwäbische Unabhängigkeit sieht man auch, wenn man sich die heutige Verwaltungsstruktur der Diözese Rottenburg-Stuttgart anschaut. Denn verwaltet wird nicht von oben herab. Auf Bistumsebene haben nicht nur die Priester etwas zu sagen. Der Diözesanrat mit demokratisch gewählten Ehrenamtlichen hat das Haushaltsrecht und dadurch die Finanzen der Diözese im Griff. Die Kirchengemeinden werden seit 1968 nach dem sogenannten Rottenburger Modell geleitet. Priester und Laien, also alle, die wollen und gewählt werden von den Gemeindemitgliedern, leiten gemeinsam und kooperativ die Kirchengemeinde, auch im Bereich der Seelsorge. Die Leitfigur der Diözese ist der heilige Martin. Mit seiner Mantelteilung hat er vor 1600 Jahren ein starkes Zeichen dafür gesetzt, dass dem Glauben die gute Tat folgen muss. Und das ist bis heute typisch katholisch. Auch in den Kirchengemeinden und auf oberster Ebene hat der schwäbische Geist Einzug gehalten. So ist die Diözese Rottenburg-Stuttgart katholisch-schwäbisch eben.